Herzlich willkommen. Noch zwei parlamentarische Sitzungswochen, also noch zweimal hinter den Kulissen des Bundestages und dann werden wir sehen, was in der sogenannten Sommerpause passiert. Da hatten wir schon oft Sondersitzungen. Dann würden wir uns natürlich noch einmal wiedersehen. Ich bin Gesine Lötzsch, stellvertretende Vorsitzende der Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag und ich freue mich, dass ich heute meinen Kollegen Lorenz Göster-Beutin begrüßen kann. Hallo. Moin. Ja, Sie hören es schon, ihr hört es schon. Er ist ein echtes Nordlicht. Er kommt aus Hamburg, lebt jetzt in Kiel und vertritt natürlich auch entsprechende Wahlkreise. Seit 2017 war er am Wahlkreis Plön-Neumünster. Da muss ich mal einwerfen, dass mir bei Plön immer der Werbespruch einfällt, fit und schön in Plön. Aber jetzt wird er sich ändern und den Wahlkreis Kiel vertreten. Er ist Historiker, aber hier im Bundestag vor allen Dingen engagiert auf dem Gebiet der Energie- und Klimapolitik. Und er hat ganz jung damit angefangen. Er war in der Jugendgruppe Milane des BUND, also des Umweltverbandes. Jetzt ist er Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und Energie und stellvertretendes Mitglied im Umweltausschuss. Göstler, in der vergangenen Woche haben wir ja mit Jan Korte über Lobbyismus gesprochen, über Maskeaffäre. Aber ich glaube auch, die Energiekonzerne sind ganz aktive und mächtige Akteure und auch sehr bekannt für ihre intensive Lobby-Tätigkeit. Wie spiegelt sich das bei dir im Ausschuss wieder? Ja, vielleicht kann ich da einfach drei Beispiele nennen. Also zum einen, das hast du vielleicht auch erfahren, als ich in den Bundestag gekommen bin, bin ich vollgeballert worden mit allen möglichen Einladungen von allen möglichen Energieverbänden, Industrieverbänden und so weiter. Also man könnte sich da dick und kugelig fressen im Bundestag, wenn man all diese Einladungen annehmen würde. Da geht es natürlich darum, Kontakte herzustellen. Zweites ganz schönes Beispiel ist meine Kollegin von den Grünen, Kerstin André. Die saß ja zuerst mit mir im Bundestag, auch im Wirtschaftsausschuss. Da hat sie noch sehr klare grüne Positionen vertreten. Und dann ist sie in die Energiewirtschaft gewechselt und kommt dann auch manchmal zur Anhörung. Und dann vertritt sie teilweise gegenteilige Positionen von dem, was sie vorher gesagt hat. Und da merkt man doch, dass es da einen gewissen Wechsel auch gibt. Ein drittes Beispiel. Vielleicht, wir hatten die Debatte über den Strukturwandel in der Lausitz. Und da hat in der Nacht- und Nebelaktion die Union dafür gesorgt, dass in der Lausitz Radverkehr nicht ausgebaut werden soll. Und dann auf meine Frage, warum nicht, haben sie gesagt, ja, Radverkehr, das hat doch nichts mit Strukturwandel zu tun. Und da kann man ganz klar sagen, da hat sich die Autolobby durchgesetzt. Also man kann sagen, in deinem Ausschuss kannst du ganz konkret erkennen, wie sich Lobbyisten durchsetzen, wie sie einen Einfluss auch konkret machen. Ja, wir haben jetzt eine sehr heftige Diskussion, wo viele eigentlich sagen, ja, worüber reden die denn? CO2-Preise auf Öl und Gas. Wir versuchen ja immer, den Leuten auch deutlich zu machen, was unsere Position ist. Was passiert denn eigentlich durch hohe CO2-Preise? Wer zahlt die Rechnung? Das ist ja immer die zentrale Frage. Man kann es ganz konkret machen. Zum einen an der Frage der Preise beim Benzinpreis. Der Benzinpreis steigt. Dafür gibt es eine Entlastung, die die Bundesregierung beschlossen hat. Die läuft über die Pendlerpauschale. Nur das Problem bei der Pendlerpauschale ist, das wird ja abgesetzt von der Steuer. Und je höher dein Einkommen ist, umso mehr kannst du von der Steuer absetzen. Das heißt, große Einkommen werden von der Bundesregierung durch den CO2-Preis bevorzugt. Die haben mehr in der Tasche. Kleine Einkommen können kaum was absetzen und werden dadurch zusätzlich belastet. Und bei den Heizkosten ist es ähnlich. Dort ist es so, dass die Mieterinnen jetzt draufzahlen müssen. Und zwar nach einem Winter, wo wir 300.000 Stromsperren hatten, wo wir Gassperren hatten und wo wir weiterhin Mieterhöhungen haben, müssen die jetzt nochmal draufzahlen. Auf der anderen Seite, das ist der richtig große Skandal, hat die Bundesregierung jetzt beschlossen, dass große Konzerne wie Mineralölwirtschaft, wie Düngemittelkonzerne und andere, die die Hauptverursacher sind, aber eine Kompensation bekommen für den CO2-Preis. Das heißt, den faktisch nicht zahlen müssen. Wir als Linke sind ja aktiv an der Seite der Mieterinnen und Mieter. Es gibt demnächst auch in Berlin wieder eine sehr große Demonstration. Davon kann man jedenfalls ausgehen. Wir haben uns für einen Mietendeckel eingesetzt, jetzt für einen bundesweiten Mietendeckel. Vielleicht kannst du nochmal ein bisschen konkreter sagen, was ist denn die Forderung der Linken in Bezug auf die Heizkostenabrechnung? Naja, also generell sagen wir, dieser CO2-Preis ist sozial ungerecht im Bereich der Wärme und wir wollen ihn da nicht. Wir wollen das Ordnungsrecht, wir wollen ganz klare Regelungen, aus denen sich niemand rauskaufen kann. Aber ganz konkret sind wir ja auch für konkrete Veränderungen immer. Und mit der Deutschen Umwelthilfe und mit dem Mieterbund gemeinsam fordern wir, dass der CO2-Preis nicht von den Mieterinnen bezahlt werden soll, weil die können sich da ja nicht entscheiden, wie sie heizen, sondern von den Vermieterinnen. Aber da sagt uns dann die CDU, ja, dann sollen doch die Mieterinnen einfach mal ihre Heizung runterdrehen. Einen hohen bei steigenden Heizkosten, das machen sie eh schon. Und ein anderer CDU-Abgeordneter hat uns dann gesagt, ja, was können denn die Vermieter dafür, wenn ihre Mieterinnen nackt durch die Wohnung tanzen? Und was sagst du dann im Ausschuss dazu? Im Ausschuss sage ich genau das. Das ist ein Zynismus, der uns da präsentiert wird, wo ganz deutlich wird, dass die Abgeordneten, die so über Mieterinnen reden, vollkommen den Kontakt zur normalen Bevölkerung verloren haben und wirklich abgehoben sind in diesem Raumschiff-Bundestag. Und wir brauchen endlich wieder eine Politik, die glaubwürdig ist und die geerdet ist. Kontakt ist ein gutes Stichwort. Du bist ja nicht nur im Bundestag und nicht nur in Flöhn. Den Werbespruch wiederhole ich jetzt nicht nochmal. Sondern du bist ja auch ganz viel unterwegs als Beobachter, parlamentarischer Beobachter begleitest, Aktionen der Klimabewegung zum Beispiel. Ja, die Beispiele kannst du ja selber sagen. Also erst mal, wo bist du überall gewesen? Warum und was kannst du da konkret machen? Es sind diverse Sachen gewesen. Das war am Hambacher Forst, bei Hambi bleibt gerade 2018. Das hat sehr dazu geführt, dass überhaupt diese Klimaproteste in Deutschland mit Fridays for Future möglich geworden sind. Bei Extinction Rebellion, bei Blockaden, aber auch bei der Blockade in Brunsbüttel des LNG-Terminals. LNG ist Fracking-Gas, was aus den USA unter anderem nach Deutschland geholt werden soll. Das ist so ein schmutziger Deal. Das könnte ich mal erklären, aber jetzt nicht mit Trump gewesen, weshalb die das gemacht haben. Und parlamentarische Beobachter heißt, also natürlich komme ich aus der sympathisierenden Position dorthin, aber ich bin dann vor Ort quasi neutral. habe so eine gelbe Weste um und dann, wenn brenzlige Situationen sind, wenn es um eine Räumungssituation ist, wenn beispielsweise eine Straße blockiert ist oder etwas ähnliches, dann kann man sagen, hey, liebe Polizei, wir reden jetzt nochmal miteinander, macht das hier Sinn, das zu blockieren? Oder könnte man sagen, wir machen das jetzt auf eine andere Art und Weise? Und es ist immer wichtig, dass in so einer Situation, wo so eine Eskalation droht, dass da jemand ist, der ganz konkret hinguckt und auch dafür sorgt, dass wirklich alles nach Recht und Gesetz abläuft. Wie sind denn da deine Erfahrungen mit der Polizei? Hast du da gute Erfahrungen? Hören die auf dich? Oder sagen die junger Mann, sie sind schon Abgeordneter, das glauben wir Ihnen nicht, sie sind doch noch Student oder so? Nein, erzähl mal, das ist nett von dir. Nein, also hören auf mich, also ich bin ja kein Befehlsgeber oder so etwas, sondern man ist im Gespräch, ich respektiere Sie, wenn Sie mich respektieren. Das funktioniert in der Regel auch ganz gut und dadurch gibt es eine gewisse Ebene, auf der man da miteinander sprechen kann, in der man auch deutlich machen kann, hey, schauen Sie doch mal hier, hier läuft etwas nicht richtig, beispielsweise. Das hatte ich mal beim Hambacher Forst, dort war an einer gefangenen Sammelstelle, da stand ein Bus und dann haben die dort kein Wasser bekommen im Bus beispielsweise. Da habe ich gesagt, hey, das ist richtig warm jetzt und die brauchen jetzt Wasser. Und dann im Gespräch haben sie gesagt, okay, wir stellen jetzt Wasser bereit, die bekommen Wasser, die dürfen dann, ihr Geschäft, dürfen zur Toilette gehen und so weiter und so fort. Die biologische Pause nennt man das. Richtig, genau. Aber da ist es halt wichtig, dass jemand da ist, der hinguckt, der diese Probleme sieht und der das dann auch kommunizieren kann. Du bist ja, wenn du dort vor Ort bist, nicht nur, um mit der Polizei Probleme zu lösen, sondern natürlich auch, um Ideen aufzunehmen. Kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, welche Ideen du von solchen Aktionen, also inhaltliche Ideen mitgenommen hast, die du denn auch hier in dem Ausschuss und im Plenum besprechen konntest? Es geht uns als Linke ja immer darum, du kannst nur etwas verändern, wenn du auch in der Gesellschaft Druck hast. Denn die, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist, die können einfach sich hinsetzen, können sich von den Lobbys einladen und fertig, gut ist. Aber wir wollen etwas konkret verändern. Deswegen müssen wir die Ideen reinbringen. Und die Klimabewegung hat uns als Linke nochmal deutlich gemacht, wie notwendig es ist, jetzt die Klimakatastrophe zu stoppen, weil es eben eine soziale Frage ist, weil da vor allem die Ärmsten und Schwächsten betroffen sind, weil die Mieterinnen betroffen sind, die sich eben keine Klimaanlage einbauen müssen, weil die Beschäftigten betroffen sind, die in warmen Orten sozusagen in der Hitze arbeiten müssen und eine zusätzliche Belastung, zusätzlichen Stress ausgesetzt sind. Deshalb stehen wir als Linke immer auf Seite der Ärmsten und Schwächsten. Und das sind Punkte, die kann man da konkret reintragen und sagen, hey, diese Klimakatastrophe ist eine soziale Frage und wir werden sie nur lösen, wenn wir Klimaschutz sozial gerecht machen. Und dafür stehen wir eben als Linke. Das Bundesverfassungsgericht hat ja jetzt in einem, kann man sagen, aufsehenerregenden Urteil den Bundestag und die Bundesregierung aufgefordert, das Klimaschutzgesetz nachzubessern. Das wurde von vielen begrüßt. Von anderen wurde gesagt, also das Bundesverfassungsgericht mischt sich jetzt aber mal wieder sehr konkret ein. Wie seid ihr denn im Ausschuss mit diesem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes umgegangen? Habt ihr darüber diskutiert? Konntet ihr da Initiativen ableiten oder muss das alles erst in der nächsten Wahlperiode geschehen? Du kannst dir vorstellen, dass es da zwischen Regierung und Opposition, aber auch innerhalb der Opposition, ich meine, wir haben FDP und AfD auch in der Opposition, sehr unterschiedliche Auffassungen darüber gibt. Also die FDP sagt, wir müssen jetzt mehr Markt machen. Wir machen Emotionshandel, wir überlassen das dem Markt. Das machen wir als Linke natürlich. Wir brauchen Ordnungsrecht, wir brauchen Regeln. Und die Regierung sagt wieder, okay, wir erhöhen unsere Klimaziele, aber ohne, dass sie die Maßnahmen machen, ohne, dass sie beispielsweise eine echte Verkehrswende machen. Da blockiert der Herr Scheuer weiterhin. Und wir als Linke haben eben ja einen Aktionsplan Klimagerechtigkeit aufgestellt, wo wir konkrete Maßnahmen vorgeschlagen haben, die wir bis 2030 einleiten können, die wir jetzt sofort im Bundestag umsetzen könnten und wo wir auf dem richtigen Weg wären, das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen und Klimaschutz sozial gerecht zu machen. Das ist ja unsere große Aufgabe. Noch ein Stichwort. Du hast die Verkehrswende angesprochen. Wir haben ja jetzt überall im Land Aktionen gegen Autobahnbau gehabt. Wir haben ja hier in Berlin auch das irre Projekt, wogegen wir als Linke uns natürlich zur Wehr setzen, A100, also einen Autobahnring, der vor gefühlten 150 Jahren geplant wurde, fertig zu machen. Denkst du manchmal so, hey, ich komme aus der Fläche, da hätten wir gern ein paar mehr Straßen. Was regen die Berliner sich so auf? Oder was ist da deine Position? Naja, wenn ich in andere Länder schaue, habe ich zum Beispiel Beispiele wie Kopenhagen und Amsterdam, wo es gut klappt, dass man für Pendlerinnen die Möglichkeit schafft, dass sie mit dem Rad fahren oder öffentlichen Nahverkehr nutzen. Auch in den ländlichen Regionen bei uns in Schleswig-Holstein, ich gebe dir mal ein Beispiel, wenn ich zu meinen Eltern will, brauche ich mit dem Auto so 50 Minuten. Wenn ich den öffentlichen Nahverkehr nutze, wenn ich Glück habe, drei bis vier Stunden. Das heißt, das Drei- bis Vierfache der Zeit, die ich sonst brauche. Das ist eine Absurdität. Und deswegen geht es uns ja darum, wir müssen erst mal die Alternativen schaffen. Wir müssen die ländlichen Regionen an den öffentlichen Nahverkehr anbinden. Und wir müssen den Menschen ermöglichen, umzusteigen. Und das heißt aber auch, wir müssen die Investitionen ganz grundlegend umlenken. Das heißt, raus aus Beton und Asphalt und hin in den Nahverkehr, wieder Schienen reaktivieren und die Busse und Kleinbusse in die ländlichen Regionen bringen, damit die Leute die Möglichkeit überhaupt haben. Weil ich meine, ich kann CO2-Preis machen, so viel ich will. Ich kann ihn noch ewig erhöhen. Wenn es die Alternativen nicht gibt, können die Leute nicht umsteigen. Ja, seit Mitte der 90er Jahre sind ja über 6000 Kilometer Schienen sozusagen außer Dienst genommen worden. Das ist eine Strecke weiter als Berlin-Neu-Delhi. Ja, das war bereits die achte Folge, wenn wir richtig gezählt haben, hinter den Kulissen des Bundestages. Wir sehen ja das Reichstagsgebäude, den Sitz des Bundestages, wie immer im Hintergrund. Dort wird Göster jetzt gleich eine Rede halten. Wenn Sie die Sendung sehen, hat er sie schon gehalten. Das können Sie dann natürlich auch sehen auf linksfraktionen.de. Ich bedanke mich recht herzlich. In der kommenden Sitzungswoche, also in zwei Wochen, begrüße ich hier Susanne Fertschel. Sie ist stellvertretende Fraktionsvorsitzende und ehemalige Betriebsratsvorsitzende und damit eine Vorkämpferin für soziale Gerechtigkeit und gute Arbeit. Ich danke Ihnen und euch fürs Zuschauen, bedanke mich auch für die vielen freundlichen Reaktionen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns.